Willkommen zurück, ihr Lieben, bei World of Warcraft. Eigentlich wollten wir ja hier die Brücke verteidigen oder zurückerobern. Aber wenn da dann auch diese Viecher hier als kommen... Also mich hat die letzte Quest gerade ein bisschen genervt, hat sie mich. Ich glaube, ich würde ganz gerne da hingehen, in die Sumpfbinsen und mal gucken, was es da für Quests gibt. Da gehen wir jetzt auch erst mal hin. Das fand ich jetzt irgendwie eben stressig mit den Fässern und diesem Krempel da. So, im Krempel da. Wow, das ist ein Geräusch. Meine Herren, macht doch nicht so einen Terror hier. So, müssen wir da... Okay, und dann jetzt scharf links. Alles klar, alles klar. Irgendwo scharf links. Nee, links. Ach so. Links? Wo ist denn hier mal links? Ah, hier geht's irgendwie rein. In die Sumpfbinsen. Ja, okay. Gehen wir mal hier lang. Krokodile. Wie weit ist denn noch? Okay, wir sind gleich da. Wer bist du denn? Drani, der Geduldige. Cool. Oh. Wir müssen aber da rüber. Okay. Ja, ich versuche mich mal hier vorbei zu schleichen. Und dann hier runter. Und dann da rüber. Ach, da hinten. Alles klar. Wer bist du denn, Orbis? So, Orbis, hast du denn mal ein paar gescheite Quests hier für mich? Ähm, ein Speer in meiner Seite, die Seele in Ketten. Tötet Mong-Naruk, den Schamanen, der Orbis als Geisel festhält. Oh, Alter. Was ist denn das für eine Quest? Hm. Okay. Gifte drauf. Dann, was futtern wir denn mal? Äh, wir nehmen mal den Trockenfisch. Ein bisschen Crit. Kann nicht schaden. Hm. Äh, und dann noch... Oh, ich hab keine Rollen mehr. Das Ziel steht bereits unter einem ähnlichen Effekt. Ach so. Ach jo, die laufen noch, die rollen. Alles klar. Na, dann wollen wir mal gucken. Wen soll ich töten? Mong-Naruk. Was, der? Nein. Boah, hier ist er wieder so hell. Das ist ja wieder so hell hier. Man sieht ja nichts. Wo bist denn du? Da, irgendwo. Hä? Wo ist denn der Typ? Äh, äh, äh. Wieso? Wieso nur? Wieso tut sie das nur? Komm ich da irgendwie jetzt hier so hin? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nö, 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 nö. Ach Gott, das ist ja blöd. Ach. Können wir denn mal hoch? Hier vielleicht? Ja. Na klar. Gehen wir doch einfach den Weg wieder zurück, dem wir gekommen sind. So, du Typer. Wo bist denn du? Da. Da. Da, 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 da. Und du kriegst jetzt, äh. Hm. Ich komm nicht dran. Einer auf den Kopf. Hu, 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 hu. Äh, äh, äh. Ja, jetzt wollte ich, ähm. Egal, machen wir das so. Und dann. Äh, okay. Alles klar. Der lässt mich nicht das tun, was ich tun wollte. Dann eben nicht. Oh, der macht aber Aua. Ich muss mal hier raus, glaube ich. Ich, äh, glaube ich, muss mal hier raus. Kommst du mal hinter mir her? Alter. Was, 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 was raus? Äh, hallo? Äh, äh, äh? Teilnehmer? Ei, ei, ei. Was macht der denn? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ho, 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 ho. Ich wollte eigentlich, äh, äh, wisst ihr, ne? Ich wollte hier eigentlich hin damit, äh, weil ich dachte, äh, schönere, äh, Quests und so. Kann ich den mal hier von dieser Kugel wegholen? Komm mal mit. Alter, ist das scheiße hier gerade. Das wird nix. Das sag ich euch jetzt schon. Gleich und aus. Die Maus. Platte die Ratte. Ja, das war klar. Scheiße. Boah, ist der fies. Hm. Das, äh, war jetzt aber nicht nett. Hm. Toll. Toll, toll. Wie komm ich denn da jetzt wieder hin? Ähm. Ich lese mal kurz. Bla, mein Schicksal ist besiegelt. Späne meine Seite. Mein Tod. Bla, bla. Äh. Toll. Steht, äh, steht, äh, auch nix drin. Hm. Könntest du mir mal helfen? Ja, wahrscheinlich eher nicht so, ne? Der macht so komische Kugel-Dinger. Das ist, äh, nicht nett von ihm. Hm. Ja, meine Addons habe ich auch, äh, mehr oder weniger, äh, alle, äh, Alter, meine Haltbarkeit ist ja voll kaputt. Und meine Addons habe ich auch mehr oder weniger wieder hingekriegt. Mann. Muss ich erst, äh, die Kugeln machen bei dem? Hm. Wäre natürlich... Wäre natürlich möglich. Das ist aber... Das ist natürlich doof. So, jetzt haben wir das schon mal. Okay, ich versuche es nochmal. Ja, halt die Klappe. So, jetzt macht er diese komischen Kugeln und versuche ich das jetzt erstmal. Ah, ja. Vielleicht geht das ja so. Oh, das wäre auf jeden Fall... Und da müsste ich vielleicht mal ein bisschen rausbleiben. Ähm, aua, 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 aua. Okay, das sieht auf jeden Fall, ähm... Das sieht auf jeden Fall, äh... Oh ja, Kugeln. Ein bisschen besser aus, was ich jetzt hier mache. Ah, macht er die Kugel kaputt, Mädel? Gott's Willen. Hallo. Oh, jetzt kommt er wieder mit dem Eis. Ach, ist das Kacke. Ich nehme mal ein Trinken. Genau. Jetzt habe ich dich schon mal hier unten... Nein, jetzt renn doch nicht wieder da hoch. Dummes Stück. Oh. Wie jetzt? Oh. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Hui. Ha, ha, ha. Also man muss dieses Zeug da kaputt machen vorher. Irgendwie. Gut, habe ich das. War es ja jetzt doch nicht ganz so blamabel. Bin nur einmal gestorben. Ich muss unbedingt reparieren gehen. So, die Fackeln. Besorgt sechs Nebelschamanen-Fackeln. Und da kriegen wir hier rein eine Medaillon. Hm. Okay. Sind die denn hier drüben irgendwo? Ja. Mhm. Wer hat die denn, die Fackeln? Droppen die die wohl? Hm. Oder sind das die Fackeln? Hm. Mal gucken. Och, nu. Hättest du dich doch mal gerade noch ausknocken lassen können. Ehrlich. Mein Gott. Ach. Na, komm. Energie. Please. Give me. Grab die Fackel aus dem Boden aus. Ah, ja. Ah. Okay. Cool. Weiß ich ja Bescheid. Haben wir denn noch einen? Da. Haben wir doch was. Ach. Hallo. Verstohlenheit. Ich stehe jetzt im Target. Ich sehe gerade nichts. So. Hehehe. Der war ja mal, äh... Ah. Totem. Geh weg. Der war ja mal, äh... schnell down, wollte ich eigentlich sagen. So. Nächste Wackel. Haben wir da drüben. Hm. Hm. Wie viele brauche ich? Sechs Stück? Alles klar. Alles klar. Hallo. Ihr mal mit euren verkackten Totems, ey. Echt? Ja, betäubt. Genau. Ja. Äh, ja. Da hat sie ihn umgerissen. Es tut mir aber leid. Das ist der Nächste. So. Da ist der Nächste. Ach, na Jaukie. Na Jaukie. Ähm, dann da. Supi, supi. Ja, scheiß Todeme. Und einen noch. Wo war denn da? Hier war doch eben noch in der Nähe einer. Dann nehmen wir ihn. Nehmen wir dich. Huch, schon um. Supi, haben wir es. Hommis. So, mein Freund. Dann gib mir doch mal deine Medaillon. So, da. Was hast du denn jetzt noch? Wenn ich schon sterben muss, dann werde ich mit meinen Freunden an meiner Seite sterben. Ich werde mit der Gewissheit sterben, alles getan zu haben, mein Volk zu rächen. Ich werde sterben und dabei direkt in das beschämte Gesicht meines Feindes sterren. Okay, du wirst sterben, alles klar, wir haben es verstanden. Golgos, beschwört Golgos, indem ihr die Nebelschamann-Fackeln im Torfklumpen auf der Sumpfbinsenhöhe platziert. Ähm, will ich das eigentlich nicht? Ah, Konis. Beschwört Akonis, indem ihr mir die Fackeln platziert. Äh, äh, ja. Toll. Hm. Na, großes Kino, ey. Ähm, ja. Wo? Wo soll ich das machen? Hier? Oh, nein, halt. Nee. Da oben, oder wie? Ach, du hast aber auch Wünsche. Echt. Orbis. Ah, Sumpfbinsenhöhe.